Stefan Niemann in Washington. Er sei nicht vom Redemanuskript abgewichen, haben Sie eben gesagt. Trotzdem waren ja so ein paar kräftige Fehler mit im Redemanuskript verwogen. Ist das irgendwie wahrgenommen worden oder verzeiht man Trump mittlerweile alles, weil man sich sagt, naja... Die meisten verzeihen ihm das. Es ist jedenfalls mein Eindruck, dass er da nicht so geschichtsfest war in manchen Fakten. Da wird dann drüber hinweggeguckt, zumal von seinen Fans. Es waren ja vor allem Anhänger, die sich da gestern versammelt hatten. Wir haben es im Beitrag gesehen. Die finden eigentlich fast alles toll, was er sagt. Die Presse macht sich darüber lustig heute ein wenig. Er schiebt es ja auf den Teleprompter übrigens. Also er hätte nicht so gut lesen können, weil ihm der Regen da entgegenschlug bei der Veranstaltung gestern Abend. Nun klang eben auch schon an, wie gespalten das Land natürlich immer noch und weiterhin ist. Wie waren denn die Reaktionen jetzt am Tag danach? Wir haben einige Reaktionen eben schon gehört im Beitrag. Aber was spricht man heute und was spricht die Opposition, die ja bis jetzt überhaupt nicht vorkam? Also zunächst muss man ja sagen, die Befürchtungen waren, dass dieser Präsident diese Veranstaltung missbrauchen würde für eine große Aktion für seine Wiederwahl. Dass er also quasi die ewig gleiche Wahlkampfrede halten würde, um sich zu empfehlen für eine zweite Amtszeit ab 2020. Das hat er nicht getan. Das Wort Ich ist nicht einmal vorgekommen. Und wer diesen Mann kennt und weiß, dass er sich eigentlich immer selbst lobt, in zum Teil drastischer Weise in seinen Reden, weiß, dass er sich gestern ganz schön zurückgenommen hat. Da also weniger Pathos als erwartet, weniger Eigenlob. Trotzdem hat er natürlich den 4. Juli, der eigentlich ein Tag für Familien und Traditionen ist hier, wo der Präsident eher Veteranenfamilien besucht, aber jedenfalls keine Rede hält, dass er das so feiert und das Militär so ins Schaufenster stellt. Das hat ihm vor allem das liberale Washington übel genommen. Hier in der Hauptstadt darf man nicht vergessen, hätten ja über 90 Prozent der Wahlberechtigten Hillary Clinton gewählt. Also insofern, im liberalen Washington ist seine Rede und ist die ganze Feier gestern überhaupt nicht gut angekommen. Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort. Er hat ja schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass er auf jeden Fall nochmal antritt. Jetzt auch im Sommer läuft sozusagen die Wahlkampfmaschine ab jetzt rund um die Uhr? Die läuft eigentlich immer. Eigentlich läuft sie seit seinem ersten Tag im Amt. Der Wahlkampfmodus scheint diesem Mann lieber zu sein als das mühsame Regierungsgeschäft in Washington. Also insofern, Trump sorgt dafür, dass die Wahlkampfmaschine immer im Hochdruck läuft. Stefan Niemann, Danke nach Washington.